Michael Fischer ist ein deutscher Schauspieler. Leben Nach einer Ausbildung zum Kaufmann und einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium kam Fischer verhältnismäßig spät zum Schauspielerberuf. Mit Ende 20 wechselte er ins Theater- und Filmfach. Noch während seines anschließenden Theaterwissenschaftsstudiums nahm er bei Dozenten der Otto-Falkenberg-Schule privaten Schauspielunterricht. Bereits in dieser Zeit arbeitete Fischer für Film- und Fernsehproduktionen hinter der Kamera. Trotz des allseits attestierten Talents wagte sich der als äußerst medienscheu bekannte Schauspieler erst 2011 vor ein breiteres Publikum. Der Regisseur Moritz Adlon entdeckte Fischer für den deutschen Film. Michael Fischer ist der Neffe des 1993 verstorbenen Herbstmilchdars Tellers Werner Stocker. Auszeichnungen 2015 für den Kurzfilm Schwarze Schafe, einer der Gewinner beim Fünf- oder Kurzfilmspektakel als Teil des Ensembles. Theater 2011 Adam und Esra am Rationaltheater München 2012 Am Petit Theatre de Paris 2015 Astutoli bei den Karl-Orff-Festspielen Andex Lesungen 2011 Die Grandauers und ihre Zeit 2012 Mozart Briefe 2016 Die Grandauers und ihre Zeit Hommage an Willi Porruca Filmografie 2014 Schön sprechen, bitte 2014 Schwarze Schafe 2014 Zuhause sucht Heimat 2014 Der Künstler 2015 Manpower 2015 Aktenzeichen XY Folge Infon 2015 Aktenzeichen XY Folge Dorn Feustel 2015 Trash Detective 2015 Soko 5113 Folge Süßes Gift 3 5 5 6 6 8 17 18